Nächstes Wochenende ist das Basketballcamp. Du hast ein wahnsinns Potenzial dafür. Und ich kann dir weiterhelfen. Das ist nicht das, was ich will, Dad. Du lässt mich nie das tun, was ich will. Du lässt mich nicht einfach mal sein, was ich bin. Augenblick! Falsche Etage! Ich wette, Bill Smith muss sich mit sowas nicht rumschlagen. Dad! Was zur Matrix soll das sein? Willkommen, King James. Ich bin der King von dieser Domain. Das ist das Server bei Ersohn. Was hast du mit meinem Sohn gemacht? Wo ist Tom? Du kriegst deinen Sohn nur zurück, wenn du gegen mich eine Runde Basketball spielst. Pete, schick den Clown runter zu den Losern. Warte! Was passiert da? Was soll das? Ich bin ein Cardoon? Ist was, Doc? Ich brauch dringend ein Elite Team, damit ich meinen Sohn wiederkriege. Ich weiß, was du suchst. Ein Dream Team. Pam, schieß den Ball! Ich denke, das versuchen wir lieber noch bald. Der Team. Hörter Mantel. Janganron. Janganron. Willkommen zum... Space Jam. Und neu dabei, die Goon Squad. Du musst dieses Spiel gewinnen. Beenden wir das. Und unseren Sohn zurückbringen. Hoppla. Der Klassiker. Den mach ich fertig. Und zwar Holzbuhl-mäßig. Wow.